Ja, auf jeden Fall auch ein richtig geiles Doppel und wie es scheint, andersrum, eigentlich Markus Zalewski, ganz alte Schule, war schon auf der Löwentour einer der besten Spieler Deutschlands damals, der jetzt im Sturm dort steht, mit dem Eintracht Frankfurt Trikot, ganz einer von den ganz alten Eisen, der richtig, richtig gut ist und auch schon alles gewonnen hat, was es so gibt und mit seinem Partner Uli Stüppler auch im Tor, auch ein super unangenehmer Spieler, einfach, also spielerisch unangenehm, ein sehr freundlicher Mensch. Ein sehr unangenehmer Gegner, hat immer sehr, was er kann, macht er alles sehr präzise auch und sehr schlau immer in die Bewegungen rein und sehr unangenehm, aber eigentlich im Sturm und Markus Zalewski auch eigentlich im Doppel eher primär Torwart, auf jeden Fall jetzt in den letzten Dekaden, früher auch im Sturm, aber ist eigentlich jetzt eher Torwart und Uli spielt eigentlich immer vorne. Mal sehen, wieso sie jetzt eher andersrum spielen, ich weiß es nicht. Die spielen eigentlich bei den Senioren auch mit, ne? Genau. Aber heute ist das alles gemischt, ne? Ja, einfach, weil es offenes Doppel ist, genau. Ja, und auf der anderen Seite, die können wir auch mal kurz einblenden. Da ist bisher nur der Daniel da. Achso, da ist noch keiner. Der Daniel, ja, da ist er. Ja, da ist er, Hassan Genk und Daniel Sorge. Hassan Genk im Sturm. Daniel Sorge mit der Glatze und Brille. Und Hassan Genk hier jetzt im Sturm. Daniel Sorge auch ein sehr, sehr guter Torwart, ist sonst eigentlich immer der feste Torwart von Ruben Heinrich. Auch ein Top-Spieler aus Deutschland. Die spielen seit Jahren als festes Doppel. Ist wahrscheinlich dem Ruben zu weit, um das hier zu spielen. Der war da bei der DM, ne? Letztes Wochen, vorletztes Wochenende. Genau, der ist in Hannover, der wohnt, glaube ich, in der Nähe von Hannover oder in Hannover. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ja, und spielt eigentlich mit dem Daniel immer alles feste zusammen. Aber Hassan, auch einer, spielt auch in der Bundesliga. Die spielen beide für den TFBS Koblenz. Kommen auch, glaube ich, beide gebürtig aus der Gegend und haben da eine eigene Mannschaft gegründet. Werden wir gleich bestimmt auch noch sehen, mit Daniel, mit Marc Stoffel und Benjamin Struth. Auch beide aus dieser Mannschaft. Ja. Auch schon deutscher Meister geworden mit der Mannschaft, beide zusammen. Noch so eine kleine Hochburg, ne? Ja, Koblenz hat eine... Da, man kann wieder vorhersagen. Das ist auf jeden Fall schwieriger. Was ist dein Tipp? Oh, das ist schwer. Ich weiß nicht. Also man muss dazu sagen, Markus Zalewski und Uli Stöpel, beide sehr stark auf dem Ulrich-Tisch. Haben beide meines Erachtens nach ein bisschen mehr Probleme auf dem Leonard, weil der Tisch glatter ist für das, was sie spielen. Uli mit der Rechtslangauflage. Markus Zalewski spielt auch rechtslang, also über die ganze Länge vom Tor. Und haben, glaube ich, auch beide sehr viel Erfahrung auf dem Ulrich-Tisch. Aber wie gesagt, Hassan Genk, Daniel Sorge, auch beides absolute Top-Spieler. Hassan Genk, meines Erachtens nach immer manchmal so ein bisschen, ich würde jetzt mal beschreiben, Wundertüte. Der Mann hat richtig gute Hände, kann alles spielen, spielt aber auch alles. Also der spielt, er hat kein genaues System. Also meistens spielt er Pinshirt, aber er spielt auch alles Mögliche. Also den Ball hinten geklemmt oder kickt den auch mal an, was schnell ist. Er spielt halt sehr viel. Und wenn das alles klappt, dann ist das auf jeden Fall immer brachial gut. Aber wenn dann mal so ein paar Sachen nicht klappen, ist das auf jeden Fall auch einer, der sich gerne mal ärgert. Und dann hier und da sich ein Fehler einstreut. So, los geht's. Oh, so viele Handschuhe habe ich noch nie am Tisch gesehen. Ja, ist auch sehr... Uli trägt gleich zwei und drei, vier Handschuhe. Fünf Handschuhe, ist ja Wahnsinn. Ja, ist ganz selten auch. Wir haben jetzt keinen Jet-Schützen am Tisch. Okay, das ist echt selten, ne? Da haben ja letztes Mal die Leute im Chat schon gemotzt, alle spielen immer Jets, so langweilig. Da, heute nicht. Aber dass man tatsächlich auf beiden Händen Handschuhe trägt, wie jetzt der Uli Stöpel, das ist auch eher sehr selten, oder? Die meisten tragen doch nur rechts einen. Ja, das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal oldschool noch. Das gab's früher häufiger, dass Spieler beide Handschuhe getragen haben. Dann haben die auch auf allen Stangen Griffgummis gespielt. Und beides Handschuhe. Das waren noch andere Zeiten. Da gab's auch noch Vollstangen. Heute sind die Stangen hohl. Das heißt, die lassen sich auch viel leichter ziehen. Früher waren das Vollmassivstangen. Da waren die ganzen Stangen sehr viel schwerer. Früher gab's auch noch keinen Jet, der war auch noch nicht erlaubt. Da, hier. Es wird schon wieder diskutiert. Jetet Uli nicht von hinten. Das werden wir gleich sehen. Jettet Uli nicht von hinten. Spannend. Sieht nicht so aus, weil jetten mit dem Handschuh ist schwierig, oder? Das rollt doch dann hier so... Nee, die beiden kommen beide aus Kickersport. Da gab's noch kein Jet. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren, dass die beiden anfangen werden mit dem Jet schießen. War das früher echt verboten? Ja, ja. Nur das Skröbeln ist verboten und Jet muss man ja vorher anhalten, ne? Das ist ja keine ganze Umdrehung. Nee, ganz früher gab's das nicht. Und hier, der Hass dann jetzt auch mit dem schnellen Pinshot. Steht auch schon direkt 1-1. Ja, ist auch interessant, dass sich so ein Spielstile auch ändern über die Zeit, ne? Ja, sehr. Ja, also das heutige Spiel unterscheidet sich auch sehr zu dem, also zu Spielen von früher, wenn wir jetzt so 20 Jahre zurückgehen. Kickern ist aber auch grundsätzlich halt viel, viel größer geworden. Trainingszentren haben sich gebildet. Coaching für junge Spieler, Trainingscamps. Und da hat sich auf jeden Fall einiges getan und verändert. Ja, ich bin mal gespannt. Siehst du das auch im Spiel? Ah, jetzt hier. Was? Kannst du das im Spiel sehen? Das ist ja ein bisschen so oldschool gegen, ich sag mal, ein bisschen jünger, modern. Oh, da wird diskutiert. Ja, es wird diskutiert. Ich weiß auch wieso. Diskutieren jetzt hier beide. Und zwar ging es darum, dass der Markus Zalewski links den Ball gegen die Puppe hat laufen lassen. Gegen die ganz unten, wo er gerade auch mit dem Finger drauf gezeigt hat, auf der Fünferreihe. Ja. Und wenn man die gegen die Puppe laufen lässt, also abtropfen lässt, nennt man das, dann darf man den Ball, wenn er sich noch bewegt, spielen. Und jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob der Ball gelegen hat. Weil die Ball, also Daniel Sorger ist davon ausgegangen, dass der Ball lag und hat deswegen auch Stopp gesagt. Man hat gesehen, er hat die Hand gehoben. Ja. Und sie haben sich jetzt aber geeinigt. Anscheinend spielen sie einfach weiter. Weil, so wie ich das auch gesehen habe, hat Markus Zalewski den Ball in die Puppe laufen lassen. Das sieht dann aus, als wird der Ball schon liegen. Aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Und jetzt natürlich direkt die mentale Situation danach. Direkt den Fehler gemacht. Und es hat sich blocken lassen ins eigene Tor. Ganz trocken. Pinshot links rein. Jetzt hier auch wieder den Pass nicht gefangen, Markus Zalewski. Ball durch. Ah, schön. Er schießt halt jetzt gerade nur links. Immer links in die Ecke rein. Und Uli Stüppel schafft es noch nicht, da den Ball sich irgendwie zu sichern. War jetzt auch noch Fehler. Das könnte halt jetzt eine gute Führung sein. Täuscht er jetzt hier an. Guckt sich einmal an, was macht der Gegner und spielt einen Pass. Und ich fange. Uli auch mit dem Passversuch. Wird eigentlich geblockt, aber Ball landet auf der 5. Täuscht jetzt hier links an. Hat halt nach oben gezogen. Und hat dann doch in die Mitte geschossen. Und jetzt... Jetzt sind sie wieder da. Oh, warte. Das ist falsch. Jetzt steht schon 4-2. Und das ist natürlich jetzt eine gute Führung hier für Gangsorger. Oh, jetzt tauschen die einmal durch. Ja, jetzt wird gewechselt. Jetzt ist der Uli vorne. Der ist so ein bisschen gefürchtet, habe ich schon so rausgehört. Ja. Bin ich mal gespannt. Der Uli Stüppel, von dem erzählen sie mal. Die Legende. Ja, der spielt halt schon sehr, sehr lange und ist ein sehr unangenehmer Gegner. Wenn man nicht sein bestes Spiel macht und richtig gut spielt, dann ist es immer sehr schwer, gegen ihn zu gewinnen, weil der halt sehr konstant spielt. Ja, was ihr gerade gehört habt, das Klopfen, das war ein Splintwechsel. Die Tische von Ulrich, die haben keine Schrauben bei den Puppen, sondern die haben so kleine Metallstifte drin. Und dann kann man die Puppen eigentlich relativ zügig wechseln. Und auch die Lager kann man quasi rausdrehen und einfach die komplette Stange rausnehmen, um halt schnell Puppen zu wechseln. Das gibt es bei, glaube ich, fast keinem anderen Tisch. Mittlerweile hat Leonard auch ein Wechsellager. Aber der Ulrich ist bis jetzt eigentlich der einzige Tisch, der solch ein Lager quasi standardmäßig besitzt. Und jetzt durch die Mitte. Und jetzt holen sie sich hier den ersten Satz. Mal gucken, ob es passiert. Markus Zaleski, Uli, Stöppel, wechseln sie? Ich hätte jetzt vermuten, sie wechseln. Ich kann mir vorstellen, dass sie andersrum spielen, weil vielleicht Uli eine Verletzung hat oder so. Also würde mich interessieren. Du bist ja sonst immer Stürmer. Immer Stürmer. Und auch ganz, ganz selten spielt er mal. Ich habe ihn mal auf der Bundesliga im Tor spielen sehen. Aber sonst eigentlich immer vorne anzutreffen. Und Markus Zaleski auch wirklich über die Jahre jetzt nur noch hinten anzutreffen. ganz selten vorne. Es wird auf jeden Fall seine Gründe haben, wieso sie andersrum spielen. Oder auch einfach Spaß an der Freude. Ja, können wir ihn vielleicht ja nachher mal fragen. Hast du den Turnierbaum irgendwo? Können wir sehen, wie die bisher gespielt haben, die zwei? Unser alter Hasen Doppel? Äh, wenn, müssten wir das da drauf gucken. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das einstellen. Ich glaube, Ina hatte da drüben das Ding nochmal vergessen. Hat er Daniel gesagt? Dann weiß ich es leider nicht. Guck mal, wie die beiden bisher gespielt haben. Ich schieße dir den ersten rein. Das sind wir ganz gut schon alles. Oh, okay. Das war's nicht. Ui, Ball raus? Jetzt holt er einen. Das ist auch wichtig, jetzt hier mal ein paar Bälle von Hassan zu halten, weil er hat eine ziemlich gute Quote geschossen, um es ihm ein bisschen schwerer mal zu machen. Oh, guck mal, hier haben wir die Diskussion. Kann man ein Jet an einem Tag lernen? Du bist doch quasi Profi. Kann man das an einem Tag lernen? Also das Rollen und Knallen kann man, ne? Den Handablauf schon. Aber das Ganze rundherum und das schnell zu machen und dann auch noch nicht nur geradeaus, sondern auch noch hier rechts, links und... Ja, also ich sag mal so, es gibt sehr harte Verfechter, die meinen, der Jet sollte verboten werden und würde das Kickerspiel vielleicht zu leicht machen oder ähnliche Gründe, dass der Schuss das ästhetische Spiel kaputt macht, etc. Ich persönlich bin immer Fan von Diversität und alles, was Leute macht, einfach einen Zugang zu einem Sport zu finden, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich würde jetzt mal behaupten, man lernt keinen guten Jet an einem Tag. Das ist einfach nicht so. Man lernt einen guten Jet auf jeden Fall schneller, weil es einfacher ist, ansatzlos zu schießen. Ansatz ist extrem wichtig beim Kickern, dass du erkennst, wo schießt der Gegner hin, rechts oder links. Und dadurch, dass du die Bewegung halt, einmal drumherum hast, hast du keinen Ansatz. Du musst nicht hinter den Ball gehen. Und beim Pinshot muss man erst hinter den Ball gehen. Und dadurch ist es halt schwerer, den Ansatz zu kaschieren, weswegen der Schuss natürlich auch schwerer ist. Oh, schöner Schuss hier von Daniel. Ja, also wie gesagt... Aber so die reine Handbewegung, um so ein bisschen in der Kneipe anzugeben? Ah, es ist schon schwierig. In der Kneipe steht ja auch nicht immer der beste Tisch. Und wenn die Stange ein bisschen, also nicht so gut läuft, dann ist ein Jet gar nicht so leicht zu schießen, weil du halt nur das Handgelenk am Griff hast. Und man lernt halt auch wirklich nicht, also so ein Kickerschuss, und wir reden ja davon, dass man den Ball wirklich präzise in beide Ecken zum Beispiel schießen kann, das lernt man nicht mal eben so. Da muss man schon viel Zeit reinstecken. Aber es stimmt schon, dass man mehr Zeit in den Pinshot stecken muss. Genau, es schreibt noch jemand im Chat, an manchen Tischen geht der Jet nicht. Das stimmt, es gibt halt auch einige Tische, wenn man jetzt auch noch auf Multitable guckt, also wenn man international spielen will, gibt es auch einige Tische, auf denen es geht, der Jet geht. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, da muss man auf jeden Fall mehr Zeit reinstecken. Zum Beispiel auf dem Bonzini ist der Jet nicht so leicht zu schießen. Da muss man schon einiges an Zeit reinstecken, weil die Puppen sind aus Metall. Und die haben ein anderes Drehmoment. Dadurch muss man die Stange halt anders drehen, weil die halt unten sehr, sehr schwer ist. Und hier sind die Puppen ja sehr leicht. Die Puppen sind immer kopfgewichtet. Die haben ein Gewicht oben im Kopf drin, dass die immer runterfallen, dass die Püppchen quasi immer auf dem Boden stehen. Bei Bonzini ist das zwar das Gleiche, aber das liegt daran, dass die Puppe so schwer ist. Ja. Weil sie aus Metall ist. Gucken wir mal wieder hier ins Spiel rein. Wir sind jetzt hier 2-2. Viele Diskussionen auf jeden Fall hier in dem Spiel. Auf jeden Fall haben die hier einige Sachen zu bereden. Wir gucken mal rein. Der Markus, den stört hier gerade auf jeden Fall was. Ich habe es jetzt gerade nicht genau gesehen. Gucken wir mal die Reaktion hier von den beiden an. Also Hassan hat sich schon ausgeklinkt ein bisschen. Daniel diskutiert noch. Hassan benutzt erstmal die Pause hier, um sich erstmal schön den Isodrink zu trinken. Reden noch ein bisschen. Wir gucken mal. Also Markus scheint nicht damit einverstanden. Anscheinend sieht Daniel das anders. Tja, aber meistens ist ja kein Schiedsrichter dabei, ne? Ja, also ich habe schon einige Spiele mit Markus Zalewski gespielt. Ich finde ihn immer eigentlich einen sehr, sehr fairen und ruhigen Spieler. Ebenso aber auch jetzt Daniel Sorge, mit dem er diskutiert. Daniel, auch einer der höchsten Schiedsrichter in Deutschland. Auch immer ein sehr, sehr fairer und sehr besonderer Spieler eigentlich. Daniel ist auch Schiedsrichter? Ja. Hat sogar einen der höchsten Schiedsrichterränge. Ist auch ein sehr gern gesehener Schiedsrichter. Es gibt ja auch dann trotzdem immer noch unter den Schiedsrichtern, freut man sich ja immer hier oder da. Ja, und der Daniel ist einen sehr gern gesehener, weil er sehr wenig Fehler macht. Und ja, ist auf jeden Fall einer, da freut man sich immer, wenn man ihn als Schiedsrichter hat, weil er seinen Job sehr, sehr, sehr ernst nimmt und das auch einfach sehr gut macht. Ja, aber jetzt ist ja nun mal keiner da, ne? Das heißt, die müssen sich so einigen, ne? Ja, spielen jetzt auch einfach weiter, anscheinend. Es geht auch nicht anders, ne? Dadurch, dass wir keinen Videobeweis benutzen dürfen und kein Schiedsrichter vor Ort ist. Was kostet denn der Schiri hier? Das musst du beantworten. Für gewöhnlich kostet der eigentlich immer 1 Euro pro Satz pro Spieler. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das hier... Das heißt, im Doppel ist es ein bisschen lukrativer dann, ne? Für den Schiedsrichter. Ja, genau. Es gibt verschiedene Plattformen, aber beim DTFB ist das eigentlich immer so geregelt. Passant schießt den Ball jetzt hier auch rein. Gucken jetzt hier, ob sie was mit der 3-2-Führung machen können. Aber Markus Zalewski, vielleicht legt er nach. Oh, der war aber... Zum Aufwachen war der. Der war... Ich wollte mir gerade einen Kaffee holen gehen, aber jetzt brauche ich keinen mehr. Aber Hassan macht es ihm hier nicht leicht, ne? Schon wieder durchgelegt. Jetzt hält der Uli. Also wenn man so sieht, wie sich diese Stangen so verbiegen, ne? Da wirken ganz schöne Kräfte auch am Tisch. Ich meine, das ist ja Metall. Ich meine, es sind zwar Hohlstangen, aber es sind Metallstangen, ne? Ja, ist spannend, wie viel Kraft die Leute auch dahinter kriegen, ne? Ja, man denkt immer, man dreht ja nur die Stange, ne? Da braucht man ja keine Kraft für, aber das stimmt so nicht, ne? Da wird ganz schön dran gerissen und... Da wird nochmal besprochen, genau. Bereitschlagen sich gerade hier. Hassan hatte ja den Ball auf der 5. Du kannst so Lippen reden, äh, Lippen lesen. Im Fußball machen die das doch immer so, ne? Ich gehe stark davon aus... So ablesen, was die... Ich gehe stark davon aus, dass sie nur eine kurze Option besprochen haben. Ah, guck mal, die wechseln nochmal. Darf man während dem Spiel auch... Also nur im Timeout darf ich wechseln und nach dem Satz, ne? Ich kann nicht einfach während dem Spiel mal eben schnell wechseln, ne? Man kann es nur immer in diesen... Man kann eigentlich quasi in jeder Pause, kann man wechseln. Also Timeout zwischen den Sätzen. Jetzt nicht, wenn der Ball aus dem Tisch rausfliegt. Lippen lesen, meinte ich doch nur. Ja, und irgendwann wird das hier auch international. Wir sind aber immer noch der DTFB, ne? Und deshalb haben wir einfach mal auf Deutsch angefangen. Wir arbeiten aber da dran, dass das auch international wird, dass es vielleicht irgendwann auch noch parallel hier nebenan oder so englische Kommentatoren sitzen. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so schwierig technisch, wenn mal alles läuft. Ja, vielleicht nächste Mal sprechen wir in Englisch, aber ich denke... Not this time. Ja, vielleicht für die Leo wer ist, ne? Soweit ich weiß, haben wir da auch eine Kooperation, dass wir das auch auf den englischsprachigen Raum übertragen. Das war auch so meine letzte Info, aber ich weiß noch nicht, wie offiziell das ist. Wir werden sehen. Wann geht die Hauptrunde los? Hä? Wenn die Vorrunden beendet sind. Das war jetzt eine super Antwort, ne? Auf dem Zeitplan, ich habe gelesen, 18 Uhr, glaube ich. Das war Julians Schätzung. Wobei, wenn das jetzt schon das vierte Vorrundenspiel ist... Das war natürlich jetzt auch ein unfassbar wichtiger Ball. Steht jetzt 4-3 und den hat der Markus da aber auch gerade richtig mit Dominanz reingeschossen. Jetzt mal gucken, der Ball ist wichtig. Das ist der Ball zum 4-4. Schießt ihn rein. Gang-Sorger können jetzt das Spiel schon gewinnen und das Match für sich entscheiden. Und Zalewski, Stöpel können sich hier in den Entscheidungssatz begeben, wenn sie den Punkt machen. Wann hat das Turnier begonnen? M wäre ein bisschen verzögert um... 11 Uhr, glaube ich. Um 11 Uhr. Ungefähr um 11, ja. Die ersten zwei Vorrundenspiele konnten wir nicht übertragen, weil wir hier mit der Technik ein bisschen hinterher... ...gehinkt sind. Aber seitdem sind wir auch hier dabei. Stark. Da holen sie sich den Satz. Und das ist jetzt wieder... Und jetzt ist wieder alles offen. Da sind wir wieder. Ja. Jetzt ist alles offen. Den einzigen Vorteil, den natürlich jetzt Gang-Sorger haben, ist natürlich der Start. Die haben jetzt halt Auflage und kriegen den ersten Ball auf der 5. Ja. Aber sonst ist jetzt wieder alles offen. Ist das ein großer Vorteil im Spiel? Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Einfach aus dem Grund, dass du beim Kickern ja immer das Problem hast. Also was heißt das Problem? Aber das Spiel ist ja so oft gebaut, dass du kein... Du hast ja kein reaktives Spiel. Ja. Also der Gegner kann ja nicht proaktiv so... Der hat ja keine Möglichkeit, quasi den Ballbesitz zu bekommen, wenn der Gegner keinen Fehler macht. Also der Hasangeng kann ja jetzt den Ball durchlegen und ins Torschießen, um dass der Gegner am Ball ist. Das geht nur über den Kopf. Nicht wie beim Tennis, dass du halt den Ball auch zurückschlagen musst. Ja. Das heißt, die Auflage ist natürlich extrem wichtig, wenn man keinen Fehler macht. Ist natürlich aber auch die Sache, dass die natürlich jetzt auch in den nächsten Satz gegangen sind, weil die anderen den Satz gewonnen haben. Deswegen hat er ja auch Auflage. Ja. Das heißt, man geht natürlich auch da mit dem Gedanken rein, dass der Gegner gerade den Satz gewonnen hat. Und wie man gesehen hat, hat auch Hassan den ersten Ball direkt verwandelt. Aber Marco ist eigentlich auch jetzt sehr gut geschossen bis jetzt. Verwandelt. Das ist auch immer so ein schöner Begriff. In was denn? Das ist immer noch ein Ball. Jetzt ist er auch raus. Guck mal. Ist denn ein Jet zu spielen schwieriger, weil die Griffe eckig sind? Nein. Beim Leo sind die Griffe ja rund, ne? Rollt das nicht ein bisschen schöner? Oder macht das das Griffband wieder wett? Du lässt den ja wirklich so über das Handgelenk rüber rollen, ne? Ja, ist, äh, also für mich persönlich, ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen, also ich finde, das macht keinen Unterschied. Also, du hast keinen signifikanten Nachteil oder Vorteil. Es ist einfach ein bisschen anders, weil der Dick... Ja, du hast auch sieben Meter Tape um dein Handgelenk rum, ne? Vielleicht macht das einen Unterschied. Ja, aber für gewöhnlich, also ich habe jetzt auch von nicht vielen gehört, also wenn man halt auf hohem Niveau, Kicker spielt und viel trainiert, ist das, glaube ich, vollkommen irrelevant. Also damals, als ich angefangen habe, habe ich den Unterschied immer ein bisschen gemerkt. Ja. Aber es ist wirklich minimal. Da machen dann die Puppen und der Ball mehr aus? Ja, genau. Also der Ball, der Ball ist hier meines Erachtens nach sehr entscheidend, weil der Ball halt so griffig ist. Deswegen muss man sehr viel weniger Energie benutzen, um den Ball halt in die Ecken, also nach rechts oder links zu bewegen, einfach weil der Ball so griffig ist. Und das muss man halt einplanen. Also der klebt quasi mehr einfach an der Puppe und am Tisch. Per Klebefaktor ist höher. Ja. Und der wird auch noch klebriger, je länger das Spiel dauert, ne? Hast du gesagt? No, also ich finde, der Ball, der hat andere Abnutzungserscheinungen. Ich finde, von der Griffigkeit her ändert sich nicht viel. Da der Ball so gummiert ist, kriegt der halt relativ, schöner Ball jetzt hier, kriegt der relativ zügig ein paar Katschen. Also hier oder da, wo man mal auf den Ball draufhaut. Ja. Aber so ist es halt, ne? Materialermüdung gibt es immer. Beim Leonard ist es zum Beispiel anders. Da ist die Abnutzungserscheinung dann halt eher, dass der Ball glatter wird. Und beim Ulrich ist es eher, dass die Abnutzungserscheinung ist, dass der Ball nicht mehr so rund läuft. Also der macht hier und da mal einen kleinen Bogen oder so, weil es ist halt einfach eine andere Konstruktion. Aber es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ne? Mit welchen man einfach besser klarkommt oder überspielt. Ist ja auch cool, dass es unterschiedliche Sachen gibt. Klar. Finde ich, also. Und ich finde, beide Tische spielen sich sehr, sehr gut und sehr angenehm halt. Ein bisschen anders, aber. So, erstes Timeout jetzt hier, 2-2. Ja, die wechseln recht regelmäßig durch, ne? Ja, der Uli geht jetzt wieder in die Verteidigung, hat Timeout genommen. Timeout genommen. Schon wieder eine Diskussion, glaube ich. Zumindest eine kleine. Irgendwas anscheinend. Hassan passt anscheinend der Schlag nicht. Man merkt auch, guck, die Gemüter erhitzen sich ein bisschen. Ja. Ist nicht mehr so ruhig. Das ist das, was ich vorhin meinte, was man manchmal hat. Ja. So, jetzt von außen. Irgendwer von außen sagt jetzt auch noch was. Guck mal rein. Uli scheint auch nicht. Die Gemüter sind auf jeden Fall erhitzt. Wird noch diskutiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass es um die Schlaghärte geht in den Tisch. Der Boden hier in dieser Halle ist sehr weich. Das heißt, die Tische stehen sehr, also stehen stabil. Aber da der Boden weich ist, sind natürlich Erschütterungen viel schneller zu merken. Und auf Top-Niveau merkt man das natürlich dann. Ja. Wenn man dann in den Puffer fährt. Und anscheinend ist der Hassan da schon... Ja, das ist so ein ganz klassischer Turnhallenboden halt hier, der so ein bisschen mitschwingt. Ja, und scheint auf jeden Fall, scheinen sich hier nicht richtig einig zu werden. Ja, Schiri, aber eigentlich wäre gut gewesen für diesen Tisch, für dieses Spiel, wäre einer da gewesen. Weiß man ja vorher nicht. Ja, mal gucken. Immer noch nicht, sind wir nicht d'accord miteinander? Mal gucken, ob sie sich noch einig werden. Ich bin gespannt. Aber die Gemüter erhitzen sich. Also sieht man jetzt auch, der Uli jetzt auch schon. Gucken. The set score. It's one each. And it's two each in the final set. Gucken mal, was jetzt hier passiert. Ich bin gespannt. Für mich sieht es ganz klar nach einer Situation für den Schiedsrichter aus. Sie nicht ohne Schiedsrichter weiterspielen. Reden jetzt auch nochmal kurz. Die Pause tut hier Hassan, glaube ich, auch ganz gut, wie man sieht. Kommt jetzt hier nochmal ein bisschen runter. Wird wieder ein bisschen ruhiger. Ja, die anderen beiden diskutieren auch nochmal fleißig. Das sind die Momente, wo ich meine, wenn Hassan Gang jetzt weiterspielt, dann hat man die Möglichkeit, dass er halt hier und da wahrscheinlich einen Fehler macht, weil er sich sein Gemüt erhitzt hat. So, aber jetzt den Schiedsrichter im Nachhinein an den Tisch bringen, ist auch nur... Es ist eigentlich die gängigere... Guck mal, da kommt der Thomas, oder? Ist das der Thomas Haas als Schiri? Sehe ich da gerade auf Kamera 5? Gucken wir mal, machen wir kurz 5 an. Ja, jetzt haben wir den Schiri. Der Thomas Haas ist als Schiri dabei. Genau, und auch ein sehr guter Schiedsrichter übrigens. Schieds jetzt hier das Spiel und jetzt geht es weiter. Und wie es für mich aussieht, haben wir den Ball abgegeben. Oh, und blockt den Ball jetzt direkt. Das ist natürlich nach so einer Diskussion, natürlich, das fühlt sich sehr gut an. Wenn man natürlich mit dem Gegner diskutiert, denkt man, es hat recht und dann kriegt man den Ball und schießt ihn dann natürlich auch noch rein. Aber der Schiedsrichter kann ja jetzt auch erst ab jetzt schießen. Das heißt, dieses unaufgelöste Disput ist ja nicht weg. Ja, häufig ist es halt so, dass man auch dem Schiedsrichter nochmal die Situation schildert. Und der Schiedsrichter entscheidet im Nachgang dann noch, wer von den beiden Parteien dann recht bekommt. Ja, hat die Hände auf jeden Fall. Wir erklären nochmal ganz kurz für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Es gibt einen Zeitschiedsrichter, der die Zeit stoppt, wenn Leute den Ball zu lange behalten. Oder, wie in dem Fall, was macht der jetzt? Der legt die Hand da hinten auf den Tisch, ne? Ja, hier hat man es gerade auch gesehen. Kurz, soll ich das hier unterbrechen. Aber da hast du gesehen, da hat der Schiedsrichter auch gerade einen Foul gecallt. Da hat gerade der Thomas Haas, hat jetzt gerade hier das Foul gecallt und hat gesagt, guck mal kurz rein, es geht glaube ich schon weiter. Und hat dem Hassan Geng den Ball auf die 3 gegeben. Und das ist natürlich jetzt auch tödlich, weil jetzt steht es 4-2. Und jetzt müssen sie. Aber erklär nochmal kurz für die Leute, die sich nicht auskennen, was er macht mit den Händen auf dem Tisch. Er fühlt, ob der Tisch wackelt, ne? Genau, die Erschütterung. Er fühlt halt, also es gibt halt genau im Regelwerk, also was heißt genau, aber es ist genau dokumentiert, ab welcher Härte ungefähr, dass der Ball abgegeben werden muss. Und hier ist auch schon der Sieg. Da ist es vorbei. Natürlich, man merkt da, die Diskussion hat da vielleicht auch Genüge getan. Das hat dann die Spielunterbrechung. Hassan hat dann drei gute Aktionen gemacht und hat hier das Spiel recht zügig für sich entschieden. Das hat dann die Spielunterbrechung. Vielen Dank.